Moin Moin, weiter geht's. So, ich hab die Höhle hier, gerade das Nester mal ausgeräumt. Da liegt ein bisschen was drin rum, unter anderem ein schöner Geschicklichkeitstrank. Den pfeifen wir uns jetzt mal rein. Sehr schön. So, reden wir mal mit Fester wegen unserer Bezahlung. Er hat immerhin gar nichts gemacht und nicht alles. Was ist mit unserer Abmachung? Hey, du wolltest meine Lage ausnutzen. Jetzt hab ich dich ein bisschen ausgenutzt. Aber sie ist mal positiv. Du hast dazugelernt. Das ist doch auch was, oder? Äh, ja. Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Trachtprügel. Endlich. Ich lasse mich nicht gern verarschen. Mir kommen die Tränen. Fester will's fester. Au. Komm her. Diese Funken, die da immer sprühen, herrlich. Komm bei Papi. Da ist er weg vom Fenster. Was ist denn da? Ist er bei den? Wieso brauchst du denn zwei Degen? Was ist auch gar nicht? Komm. Das kannst du behalten. Vor allem, er will mir 50 Goldstücke geben. Hat die aber nicht mal. Der Arsch. Du Arsch. Komm, steh auf. Ich muss mal mit dir reden. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Ja. Warte mal. Okay, okay. Du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Ich denke, wir sind schon wieder reif für einen Trachtprügel. Was zum Teufel willst du schon wieder von mir? Ich wollte dich einfach mal wieder am Dreck liegen sehen. Hehehe. Es macht Spaß. Ah ja. Hätten wir das. Kann man doch wieder beruhigt schlafen gehen. So, Herr Tänzer, lass mich in Ruhe. Dir werde ich irgendwann auch noch abrechnen, aber noch nicht. Noch bist du mir zu stark. Ich glaube, sieh mal einer an. Hallöchen. Was willst du? Machst dir einen auf einen Magier, was? Ich sag dir was. Egal welche Klamotten du dir auch anziehst, ich durchschaue dich. Ja. Für mich bist du nur ein kleiner, schmieriger Target. Nichts weiter. Mh, aha, puh. Was ist dein Problem? Ich dachte, ich hätte wieder den einen Bug da. Leute von deiner Sorte kennen. Große Schnauze, nichts dahinter. Jemand, der sich groß rausputzt und von seinen Heldentagen prallt, ist mir zuwider. Junge, du kennst mich nicht mal. Erst gestern noch habe ich einem der Jungs hier die Fresse poliert, weil er behauptet hat, dass er einen schwarzen Troll mit einer Hand auf dem Rücken zur Strecke bringen kann. Ja. Ja und? Was soll das heißen? Ja und? Hast du überhaupt schon mal einen schwarzen Troll gesehen, du Großmaul? Weißt du eigentlich, wie groß diese Ungeuer sind, Mann? Ja. Wenn du ihnen nur einen Schritt zu nahe kommst, reißen sie dich glatt in Stücke. Schwarzer Troll? Kein Problem. Dir juckt wohl das Fell, was? Ich sollte dir den Kopf abreißen. Aber ich habe eine Besserricht. Dir juckt wohl das Fell. Wenn du so ein toller Kämpfer bist, dann beweise es. Was habe ich davon? Blöde Frage. Deine Ehre und deinen heilen Unterkiefer? Ja. Ein bisschen dünn, findest du nicht? Sagen wir, ich würde dir eine Menge Geld bezahlen, wenn du mir das Fell eines schwarzen Trolls bringen kannst. Wie hört sich das an? Ja. Besser. Worauf wartest du dann? Nichts gehört. Sonst alles im Griff? Quatsch hier, keine Arien. Geh und besorg mir das schwarze Trollfell. Ja, Schatz. Später, Schatz. So, Cypher, wo bist du dann? Ach. Bullshit. Ah ne, da ist er doch. Ach stimmt. Cypher ist erst später nicht mehr da, genau. Yippie. Ich werde froh. Wo hast du's her? Ist ne lange Geschichte. Ist ja auch egal. Du bist echt ein anständiger Kerl. Ja. Das sollst du als Belohnung haben. Viel Spaß damit. Ich werde erstmal ein paar drehen. Hä. Hä. Roll dir ein. So. Was mache ich jetzt noch mit 10 Lernpunkten? 14 Lernpunkten wohlgemerkt. Ein bisschen werde ich neuen Mana investieren. Stärke habe ich äh 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 20. Für ne neue Waffe brauche ich noch 7 Punkte. Für die brauche ich 15 Punkte. Hm. Ich werde mal was in Stärke investieren. Was willst du von mir? Ruhig. Toll auf. Ruhig. Kannst du mir helfen meine Fähigkeiten zu verbessern? Hm. Ich könnte dir zeigen wie du deine Stärke besser im Nahkampf einsetzen kannst. Viele Kämpfer sind sehr schwach. Ja. Ja. Ich sagte ich könnte dir helfen. Nicht ich werde. Solange du keiner von uns bist kannst du dir einen anderen suchen der dich unterrichtet. Ey du Arsch. Scheiße. Solange ich meine keine. Blöö. Solange ich keiner Gilde angehöre. Man darf halt nicht alles glauben was du. Bringt der mir eigentlich was bei. Ok. Haben wir sonst noch irgendwas? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Taczaczaczaczacz. Taczaczacz. Taczaczaczacz. Taczaczaczacz. Keine Ahnung was das für Sie ist. Dann muss man auch mal was sein. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich kann das nicht glauben. Ist noch irgendjemand den nicht mal den Ramsch verkaufen kann. So halt. Oh ne. Ne. Nicht wirklich. Wo ist denn diese eine Ellen oder wie die hieße. Ich weiß doch egal ich geh erstmal knacken. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. So. Verdammt. Was ist... Los. Obwohl, ich könnte mal in den nächsten Kreis der Magie aufsteigen und mir neue... Und Ware. Zeug mir. Was? Kann ich dir anbieten. Eine Menge, meine Liebe, eine Menge. So, weg damit. Weg. Weg, 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 weg. Die behalten wir mal. Die beiden können auch alle weg. Den behalten wir auch mal. Und wir denden hier unten noch so. Blutkelche, Lurker, Häuser können auch weg. Goldener Ring, Fotter mit. Den behalten wir. Hake. So. Der Rest bleibt bei mir. Ähm, ja, unsere Zeit dürfte mal wieder vorbei sein. Bis später. Bisimagina. Bis später. Jetzt. Bis tidak Buenos Dart. Vielen Dank.